Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ich-Schieß-Tier-In-Den-Kopf.de. Wir sind wieder in Unturned. Der Fischkopf ist auch mit dabei. Hallo! Und tritt durch. Und Bene Bob macht uns hier die Vorhut und guckt die Umgebung, dass auch niemand Böses kommt. Wir fahren mit dem Auto in die Stadt. Schnell. Oh, ich muss den Fischkopf überfahren. Fahr, 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 fahr! Nein, 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 nein! Ich komme. Okay. Ich bin drin. Möchtest du fahren? Guck nochmal auf die Karte. Ich will auf den Golfplatz. Ich will Golfspielen gehen. Wir müssen auch noch tanken. Aber erstmal was fressen. Wir haben immer noch Hunger. Oh ja, stimmt. Was für viele Sachen. Übrigens, hier links ist das Haus. Hier links ist das Haus. Das ist das Haus, das verbarrikadiert ist. Okay, ich steige aus. Oh, das ist ja krass. Hey, ich kann den Zombie nicht. So, jetzt. Boah, was steckt denn da im Fenster? Genau, das ist das verbarrikadierte Haus. Und zwar, da kann man rein. Da kommen auch keine Zombies rein. Also, wir könnten hier überleben. Oh, Vorsicht! Aua! Warte. So. Das ist aber in der Action, wa? Danke. So. Wie kommt man denn da rein? Ähm, Auto hinfahren oder sowas. Das ist ja krass. So. Eben den Boden massiert. So, ich gehe Essen suchen. Warte mal, ich gucke nochmal, ob ich was skillen kann. 80 Prozent. Na klar kann ich skillen. Katana, falls jemand Lust hat. Oh ja, mein Schwert. Hier. Mein Katana und ich, aber wo im Haus? Drei. Hallo? Nein, nein, ich weiß nicht. Ich will springen. 10 Prozent. Das ist noch ein Revolver. Wo ist Katana gewesen? Welchem? Da wurde eben Bock. Ach doch. Hier ist nur Munition in Häusern drin. Kein Mampfi-Mampfi. Für die Maple Strike? Ich habe keine Munition für die Maple Strike. Ja, ich glaube nicht, dass wir für die Maple Strike Munition in den Familienhäusern... Ja, das sagst du jetzt so. Wir sind hier in Amerika. Ach stimmt. Katana Joe ist wieder am Start. Katana Joe und seine Freunde. Die Vorderhäuser hatten wir jetzt schon mal. In Kanada? Wir sind doch in Kanada, oder? Ach ja, stimmt, wir sind in Kanada. Boah. Aber ich glaube, da darf man auch Waffen haben. So leger wie in Amerika? Nein. Oh, hier ist ein Revolver. Wollt ihr eine Magnum? Hier liegt eine Magnum. Ich habe doch eine und ich habe eben schon gesagt, dass eine liegt. Hör mir mal zu! Hier liegt übrigens eine Magnum. Bielplatz. Hatte jemand noch die Purification Tablets? Jo, zwei Stück. Tablets heißt das gar nicht, ne? Ich bräuchte unbedingt, Mopper, weil ich bin auch gleich wieder tot wegen Durst. Ich bin tot wegen... Wegen Essen. Was willst du liegen haben? Tot wegen Essen. Das klingt wie so eine Bild... Headline. Oh, hier, danke. Hier unten, Strand, vielleicht da Essen. Haben wir nichts zu essen? Wir müssen weiterfahren, ganz dringend, Jungs. Oder wir müssen gucken, ob wir es anpflanzen können. Geht das auf die Schnelle oder müssen die Dinge ziemlich lange wachsen? Die wachsen lange, wenn man keinen Fertilizer hat. Ich habe Fertilizer. Weiß ich nicht. Ich habe Fertilizer. Echt? Mhm. Ja, dann. Aber da kommt halt nur ein Ding bei raus, glaube ich. Warte mal. Wir müssen weiter. So, ich habe zwei Samen gecraftet. Sollen wir jetzt hier probieren oder nicht? Naja, du kannst es machen und dann... Dann werden wir sterben. Wunderbar. Und dann halt nicht so viel Essen raus. Also Curl Seeds. Soll ich mal probieren oder soll man mal essen? Ja, mach doch. Wieso probieren? Das haben wir doch schon mal probiert. Okay, wie mache ich... So. Und daneben. Und daneben. Ach so, aber der Fertilizer funktioniert nur einmal, ne? Oh, das wird so... Oh, na toll. Jetzt hat er alles dahin. Wie geht das? Wir können ja wieder hierher kommen. So. Der ist echt jetzt weg. Ja. Harvest. Den kann man irgendwie craften. Vielleicht kann der Bandit Bob mal raustappen. Oder wir gucken das beim nächsten Mal zwischen den Folgen, wie man Fertilizer craftet. Moment, Möhrchen. Möhrchen ist gut für... Ah! Jetzt habe ich mich aber echt erschreckt. Aber hier, die Möhrchen, die... Wow. Die helfen wirklich was. Also... Wo ist mein Karton? Ich habe 87 Prozent, Leute. Wenn wir nicht gleich mal irgendwas zu essen finden. Dann bin ich tot. Was lassen wir? Lassen wir sie angepflanzt? Ich lasse sie angepflanzt. War ich ja schon drin? Ja. Okay. Ich bin bei 54 und 57. Ich bin 87, 25. Warte mal. Habe ich nicht noch was dabei? Was kann ich denn noch geben? Und irgendwann wirst du merken, dass man Munition nicht essen kann. Ich merke es jetzt gerade. Wenn jeder Zombie getötet. Ohne Generator. Soll ich den Generator mitnehmen? Ich habe schon zwei, aber gerne. Das ist ein gelber Rucksack. Vergiss es. Kein Generator. Für die Riesen-Bass. Wir machen eine Riesen-Riesen-Bass. Und wir müssen da ja auch ganz große... Oh, das ist tatsächlich ein Rucksack. Winchester-Chip. Eine große Musikanlage aufbauen. Und dafür brauchen wir viel Strom. Ja genau. Machen wir ein bisschen Chem-Light-Party. So, das war unser Auto. Komm, wir fahren weiter, oder? Oder wollen wir ins Verbot nach Haus mal gehen? Oh ja, eigentlich schon, ne? Aber dann sterben wir, weil wir Hunger haben. Fahr mal die Karre da hin. Jo. Oder ich mache das inhaltlich. Jetzt, der hat 16% hier. Das ist doch gar nicht so schlecht. Oder ab. Einfach gegen die Wand. So? Jo, passt. Äh. Nee. Und? Langt nicht? Wir bräuchten hier noch irgendwie eine Kiste oder so. Danger steht da an der Wand. Danger. Risky Rick. Ja, man konnte, glaube ich. Irgendwas ist da. Kann man vielleicht, äh, warte mal, kann man vielleicht, kann man, kann man, kann man, kann man nicht. Wie baut man eine scheiß Kiste? Leather. Kann man, kann man, kann man, kann man. Kann man, kann man, kann man. Verdammt im Erboden, Leather. Oh, stimmt, da war eine, oh, verdammt. Okay, komm, wir fahren weiter, weil wir müssen in die nächste Stadt oder sonst wollen, wo wir was erstes kriegen, oder? Ja, ich bin eh gleich tot, wenn wir jetzt nicht was finden. Nee, mach das nicht. Ja, dann los. Komm, wütig. Wo ist die Karre? Ich hab's da. Ist das die richtige Richtung? Ja. Ach so, ich guck mal gleich. Zack. Geil, dass wir eine Karte haben. Fahr mal geradeaus. Ja, ist die richtige Richtung. Jetzt können wir uns entscheiden, entweder links zum Summerside Peninsula, was der Golfplatz sein wird. Stadt, Stadt, Stadt. Weiß ich nicht, geradeaus, denke ich mal. Okay. Nach links kommt der Kensington Campground und geradezu kommt Charlottentown. Okay, geradeaus. Charlottentown. Wir müssen auch unbedingt mal diese Außeninseln da besuchen. Das ist mein Plan. Wendet immer den Hammer da weg. Oh. Ist aber auch wieder schwierig. Wie schön synchron ihr wippt, während wir fahren. Ja, das können wir. Das ist hübsch. So, jetzt hier gleich links. Oh, hoffentlich ist da was. Stimmt. Das ist übrigens die Standard-Hafen-Stadt. Und da spritzt es. Ich steig aus. Gleich. Ich fahr es durch. Ich fahr es durch. Ja, mach doch. Ich bin jetzt hier ausgestiegen und gucke nach Essen. In der Post. Okay, ich bleib stehen. Wieso sind so viele Nägel in der Post? Hat der Postbode die alle geklaut? Oh. Warum ist der Katana nicht mehr so... Warum liegt da Sturm? Oh, yes. Moldicorn braucht keine Sau. Boah. 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 Wird doch laut. Schokolade. Holt die Bottled Water. Wer braucht denn das? Ist noch eine Pistole drin. Ich gucke mal, eine Polizeistation. Oh, es sind ganz viel Waffen. Das ist Food. Ganz viel Food hier. Where? Bei Food. Bei Food. Das ist ja merkwürdig, dass es bei Food Food gibt. Also habt ihr Food gefunden? Ja. Bob hat Food gefunden. Minyas findet nur Waffen. Genau. Minyas ist ein Arsch. Oh. Cola. Aber ich habe gar keinen Durf mehr. Granula Bar. Weg du dreckige Cola. Ich will dich nicht haben. So. Man gebe mir Essen. Denn ich habe Hunger. Treffe ich die von dir aus? Moldi. Also Granula Bar ist nicht zu empfehlen. Er nimmt nur wenig. Ja. Ja. Wenig ist besser als Null, ne? Mhm. Was ist das denn? Ein Outfield? Outfield ist wie Lee Enfield. Was nimmt die? Was fristen die? Munition. Hier sind Potato Chips, Fischi. Und kein Chili. Kein Chili macht dich so gut wie satt. Kommst du zu mir? Dreh dich mal um. Ja, ja, ja. Komm zu mir. Schnell. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Warte mal. Ja, ich seh dich. Ich komm gleich. Ja, dann mach mal. Komm gleich. Mach mal. Mini Rucksack. Brauch ja keiner, ne? Ne Donuts hier drin. Zombie. So, wieso sind jetzt hier, wieso werden jetzt hier mehrere Bonjour-Kriegs angezeigt? Kommst du jetzt endlich mal was zu essen? Jetzt schrei mich nicht an. Ich hab 50% Bock, wie sieht's mit deinem Essen aus? Ich ruf gleich bei meiner Mutter an. Äh, 30. Das geht ja noch. Dann nehm ich mir in Candy Bar. Wenn der Fischkopf nicht kommt, hat er Pech gehabt. Ich bin doch jetzt unterwegs. Wir haben auch 82 Hunger, ne? Hier, guck mal. Da hinter dir, hier in der Kühlschrank, wo ich jetzt hingucke. Da guck ich hin. Da ist Chili. Ich glaub, die machen 50% weg. Hau dir mal rein. Ich glaub, Chips waren nicht so viel. Ich hab jetzt 35 und du sagst mir, was du nach der Büchse hast. Ich hab 82 gerade und habe jetzt 52, genau 30. 30, okay, dann nimm noch die Potato-Chips. Ich hab 35, aber ist egal, hauptsache du hast. Danke, ich hab 52 auch. Ich hab übrigens ne roten Leather. Hier ist ne Leather. Ne. Dann fahren wir zurück. Fahren wir zurück und gehen ins Haus? Auf jeden Fall gehen wir zurück ins Haus. Softer komm, ein Zombie. Moment, ich muss das klären. Danke. In your face. Yo, ein Leiter. Dann würde ich sagen, reparier mal die Karre und ich mach den mal voll. Also wir haben ja noch unsere eigentliche Karre, ne? Ist mir egal. Notwendig ist das nicht. Vor allem steht die doch auch noch besser, oder nicht? Wieso kann ich denn... Ist der voll getankt? Ne. Wieso kann ich nicht tanken? Ich hab gerade nochmal nachgetankt jetzt. Hätte auch so komische Grafikfehler bei mir. Dein Spiel ist kaputt. Wie kann ich denn... Ach, mit links. Guten Tag. Minyas, dieses Spiel heißt Unturned. Oh, das macht Spaß. So, müsste jetzt 100%. Yo. Okay, warte. Kartona. Kartona. Wir sind doch von... Rechts. Auf jeden Fall rechts. Ja, ja, ja. Okay. Wir müssen das Geheimnis des Safe House gründen. Ich hab übrigens 75% Wasser, wenn wir unterwegs irgendwie einen Brunnen finden. Ja, 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 ja. So gut und kompatibel. Müssen wir jetzt hier rechts eigentlich? Warte mal kurz. Ich meine ja. Ich meine ja. Dann fahr ich jetzt. Also wenn wir rechts fahren, dann kommen wir zum Golfplatz. Okay, dann fahren wir weiter. Steck ein. Ja, ich versuch's ja. Jetzt. Ah ja, da. Das Zelt. Genau. Vor uns ist das grüne Zelt. Dahinter ist das verbarrikadierte Haus. Geil. Danach Golfplatz. Zum Glück hat Bob wenigstens noch einen Überblick. Hier ist doch schon das verbarrikadierte Haus. Ja. War weit weg. War weit weg. So, ich versuch mal die Leiter zu montieren. Ich hab auch ne Leiter. Okay, warte. Warte. Ich als erstes. Ne, ich. Na super. Oh, Vorsicht. Deine ist besser. Ja, genau. Meine ist zu hoch. Du Profi. Lass mich in Ruhe. Immer scheißt du mich an. Oh, hier ist noch ein Juri-Magazin. Danger, mir ist Danger. Vorsicht. Okay. Lauf. Da. Danger Mouse. Danger Mouse. Mal gucken, was unten ist. Was ist denn ein Juri-Magazin? Juri. Ne Moldy Cabbage. Ein Computer ist hier, man. Wow. Und ich finde, es hat sich gelohnt, zurückzufahren. Richtig gelohnt. Oh, super. Also. Also, wenn ich das hier nicht heute Abend in mein Tagebuch geschrieben hätte, dann wäre aber was los gewesen, du. Du hast übrigens deinen Leiter grandios gesetzt. Ich bin stolz. Die ist geil. Das ist halt die etwas trickigere Leiter. So, komm, wir fahren zurück und wir fahren zum Golfplatz. Yeah. Seid ihr drin? Oh. Ja. Bitte, bitte rein. Vorne. Danke. Bitte. Shotgun. Gerne. Was? Habt ihr das damals auch gespielt? Das Shotgun-Spiel. Ja. Hast du verloren. Das war bei uns sehr, 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 sehr beliebt. Oder auch unbeliebt. Ein Mist labert er den ganzen Tag. Weil zum Teil Leute, die zum Beispiel auf eine Party gefahren sind mit ihrem Auto, mit anderen Leuten und aber nicht der Fahrer waren, weil sie, weiß ich nicht, Milch trinken wollten und die dann nicht Shotgun gesagt haben auf der Rückfahrt, dann durften die nicht vorne sitzen. Obwohl es deren Auto war. Hier links, gell? Ist das krass? Ja. Herbie ist auch fröhlich. Ausflug. Ausflug. Wird gern irgendwie eine Mutter von einem Reh töten gerade. What? So eine schöne Rehmutter, einfach mal Bäm. Du kommst mit Sicherheit nicht in den Himmel, Fischi. Das wäre mal ein Eintrag fürs Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute Abend, oder heute habe ich die Mutter von Bambi getötet. Hier liegt ganz viel Zeit. Wollen wir anhalten. Ja, lass uns mal gucken. Ich habe auch wieder Hunger. Wie im echten Leben habe ich immer wieder Hunger. So, warte mal. Ich mache das mal. Oh, habe ich mich professionell voll in die Menge rein. Hier ist die Spritze. Die nehme ich direkt. Wozu sind eigentlich diese Banagen? Hat man einen Blutungseffekt? Nee, aber die heilen nicht, Digga. Ja, 5% Gradulation, das ist ja. Ich habe mir gerade was gespritzt, was mir meine Radioaktivität komplett auf Null gemacht hat und mich geheilt hat. Bauchgranaten sind toll. Es hat sich gelohnt anzuhalten, weil der Profi ist wieder mal reingerannt in den Gegner, wie als schwierig. Swift-Magazin. Was ist los? Hier ist ein Police-Armor. Ich weiß nicht, ob... Das ist gut für Minyas, weil der muss im Nahkampf bestehen. Ja, das ist gut. Ich bin besser geschützt. Dann kann ich noch mehr in den Gegner reinrennen. Ich Profi. Ich freue mich. Hammerbob. Wartet auf mich, ich verbinde mich gerade noch. Herbie sagt, weiterfahren. Oh, ich muss dringend was trinken. Meintest du eigentlich Bandagen? Ich bin drin. Meintest du eigentlich Bandagen oder meintest du dieses Rack-Zeug? Nee, nee, Bandagen. Weil Rack macht noch weniger als Bandagen eigentlich. Ich brauche dringend was zu trinken. Du, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wir können auch hier ans Wasser fahren. Da kann die Flasche auf... Bottle, bottled water, bottled water, bottled water. Stopp. Ich kann, wir können auch, wenn wir ans Wasser fahren, Digger, ich kann dir was geben. Ich bin da. Ich rette dich. Danke. Hier. Hier. Das war ja ein Zombie. Verdammt. Ja, ich habe doch diese Purification-Tablets. Wo sind das? Hier ist eine ganze Wasserflasche. Ich sehe nichts, mir ist so grauer. Boah, die macht, die macht 100 Prozent, ne? Wow. Habe ich gesehen beim Vorbeifahren und so. Model bone. Adler Auge. Okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich das craften, ja? Jo. Braucht jemand so ein Harry Potter-Gewand hier? Ich habe schon eins. Da könnte man so eine Gang aufmachen. Eine Harry Potter-Gang oder was? Ja. Bandit, nimm das. Ja, super viel. Zieh's an. Los, zieh's an. Ja, Moment. Wir sehen, wie du's anziehst. Äh? Ach so. Sehr gut. Tja, Minja, du hörst irgendwie nicht dazu, merkst du? Ja, und ich habe Hunger und das ist doof, das Spiel. Man kann Armo über die Klamotten anziehen, das wusste ich ja gar nicht. Mir egal, wir fahren jetzt auf einen Golfplatz. Wir gehen golfen. Was hast du? Hunger? Wir gehen golfen. 46 Prozent, Hoga. Ja. Das liegt da. Irgendwas Verwestes. Korn. Ach, schön. Wir sind auf dem Golffeld. Oder so eine Art Tower, da wollen wir hin. Na, 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 na. Wir müssen zum Tower. Jo. Was ist das? Will ich nochmal rumdrehen? Ne, kann ich. Nein, das war eine Dose. Ja, ach so. Mach weiter. Okay. Jo. Da vorne ist der Doktor. Herr Doktor, mir geht's nicht gut. Ich fahre hier mit Leuten rum. Ich habe nur eine 26 Prozent Energie. Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Doktor. Ja, sag das doch. Ich habe doch ganz viel Zeug, mit dem du dich heilen kannst. Ja, das brauche ich. Jo, das kriegst du. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Vorsicht. Nein, nein, falsch. Ich stecke aus. Ich will auch raus. Nö, es geht nicht. Lass raus. Lass raus. Wir müssen das Auto reparieren. Es qualmt schon wieder. Irgendjemand ist gegen Zombies gefahren. Mach ich gleich. Kannst du mir was geben, wo ich wieder Farbe ins Bild kriege? Shit. Oh, bei der Leiter musst du aufpassen. Ich warne dich nur vor. Ja. Leitern töten, Leute. Oh, oh, oh. So, Moldikorn. Hier ist eine Knarre oben. Eine Colt. Ist mir egal, ich brauche was. Ja, kriegst du ja. Wo bist du denn? Kommst du hoch? Nee. Das letzte Mal habe ich mir da die Haxen gebrochen. Da renne ich nicht mehr hoch. Ja, ich glaube, hier habe ich was für dich. Moment. Probier das mal. Oh, Morphin. Wollte relativ stark sein, glaube ich. Drogen, warte mal. Ja, Morphin ist geil. Moment, wieso habe ich jetzt nur 6? Achso, ich muss ja 100%. Farbe kommt zurück. Ja, es hat immerhin 10% gebracht und ein bisschen Farbe in den Blick. Krabbel, hast du noch was für mich? Ja. Hast du noch was für mich? Krieg ich noch mehr? Noch mehr? Noch mehr? Noch mehr? Noch mehr? Noch mehr? Nimm den Shit. Nimm ihn, los! Komm, mach. So, jetzt haben wir immerhin 61, das muss reichen. Das gleicht sich dann mit meinem Essenszustand an. Äh. Was denn? Scheiße. Oh mein Gott. Ja, du musst vom Turm springen. Shit. Du kannst nur obenrum raus. Ich schütt Benzin drüber, warte, ich zünd's an. Ah! Der Todeshammer ist toll. Ja, ihr Lieben, ihr habt gesehen, wenn Dummheit tötet auch, nicht nur Leitern. Nämlich Ademinias im Nahkampf und in den Fischkopf durch ganz, ich hab Kopf gesagt, Fischkopf. Ja, das hat mich total irritiert. Hast du gemerkt, wie ich geguckt habe? Du hast so kurz aufgemerkt. Ich, ich, die Hände weggenommen von, von, von Tastatur und Maus und wollte irgendwie zuschlagen. Das geht ja nicht. Ihr Lieben, wir werden jetzt noch das Auto reparieren. In der nächsten Folge werden wir uns auf den Weg dann zum Militärlager machen. Aua! Yeah! Na? Militärlager, yeah! Ausflug. Und vielleicht finden wir noch zu essen unterwegs. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Wir sehen uns übermorgen wieder zu einer weiteren Folge von Unturned. Macht's gut, bis dahin. Tschüss! 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 Tschüss!